Hallöchen Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Master Builders und ja, äh, normal wäre jetzt heute Abend, äh, Dings gekommen, Seedda, aber ich dachte mir einfach so, komm, äh, es ist jetzt schon spät, 20 Uhr, bis die hochgeladen ist, ist es wieder spät abends und ich möchte auch noch ins Bett kommen, deswegen hab ich mir mal so gedacht, komm, nimmst du jetzt gleich, äh, Seedda auf und lass einfach morgen früh hoch, das heißt, morgen, ja, morgen gegen Mittag ist dann, äh, Seedda wieder da, oh, was ist denn das hier? Alter, what the fuck? Na gut, liebe Freunde, ich würde sagen, wir gehen ins Game-Menü in Master Builders und click to join ins... Ähm... Alles klar, was... What the fuck? Was ist das? Äh, Leute, was ist das hier? Ich frag mich grad, was das hier ist und warum der so stark ist. Alter, Junge! Komm hier, wir bieten den zusammen, Alter, ihr wollt mich doch ficken, äh, sorry. Ja, sehr schön. Was ist denn das hier? Ich möchte zurück, slash, Lobby, Alter. Type, sla... Äh, alles klar, liebe Freunde, ähm, was ist das? Ja, sorry, jetzt wegen dem Schimpfwort, aber, lol, was, was ist das hier? Ah, naja, auf mich jetzt zu schlagen, du, du Mistgeburt, Alter, komm her. Gut, ich verpisse mich dann eben. Ja, ja, ist weg, liebe Freunde, aber, lol, was ist das? Ähm, ich wollte einen normalen Master Builders jetzt hier aufnehmen, aber anscheinend ist das nicht möglich. Digga, was ist das? Ähm, Verbindung trennen, mehr Spieler, äh, Mindplex, du möchtest mich sehr leid, liebe Freunde, was ist denn das? Ich möchte einen Master Builder, ich möchte einen Master Builders. Ah, jetzt geht's wieder auf einmal, äh, Leute, was war das für ein mega, mega Fail gerade? Bitte, ähm, wenn's einer weiß, Master Builder, Fan, Mega Fan, Mega Suchti in den Kommentaren, also ein Master Builder Suchti, bitte schreibt mir, äh, was das hier gerade war, das war gerade... Serva 5. Ist ja da, 23 Games in Proccess, click to spectate. Äh, Serva 30, geh ich einfach mal rein. Ähm. Was ist das, liebe Freunde? Ähm, ich glaub, wir haben hier einen mega Fail. Ja. Alles klar, liebe Freunde, äh, was ist das? Ich geh mal nochmal zurück. Äh, ne, ich möchte bitte zurückgehen. In die Lobby. Genau. Alter, wir haben schon wieder drei Minuten verblembert hier, was ist denn das? Master Builders, ich möcht... Ja. Och, Alter. Alter. Alter, ich trink mal kurz was. Instantly, 23 Games, äh, Dings. Ja. Leute, das heißt dann wohl, Master Builders ist irgendwie im Moment nicht verfügbar. Sind wir irgendwie... Ne, gebannt können wir ja nicht sein. Wir haben ja nichts Schlimmes gemacht. Wir haben noch nie was Schlimmes gemacht in Master Builders. Wir haben nur gebaut. Äh, ja, liebe Freunde, deswegen... Ich kann jetzt gar nichts dafür, ihr habt's gesehen. Für mich ist das jetzt auch Neuland hier alles. Also, Master Builders ist anscheinend im Moment unterbrochen. Ja. Deswegen würde ich sagen, liebe Freunde, mache ich das jetzt hier einfach als kleines Infovideo, weil ich hab am Anfang gedacht, so, komm, nimm's mal Master Builders auf. Aber dann hat sich doch jetzt zu einem kleinen Infovideo hier entwickelt, wie ihr sehen könnt. Naja, liebe Freunde. Ich hoffe trotzdem, euch hat dieses Video gefallen. Ich glaube eher nicht, weil an alle Master Builders Fans... Ja. Wir haben es zerstört, glaub ich. Wir haben Master Builders zerstört. Okay, also nicht wir, äh, ist anscheinend im Moment unterbrochen. Ist, was weiß ich, in... Ist eine Wartung oder irgendwas bei Master Builders. Anscheinend ist irgendein Fehler da drin. Aber naja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, dieses kurze Video. Äh, ja, 4 Minuten, 38, naja, toll. Gut, alle Master Builders Fans, tut mir wirklich sehr leid, aber es liegt am Server. Ich kann gar nichts dafür. Und ich würde sagen, ich beten dieses Video, indem ich hier jetzt so runterspringe und mir schön die Fresse aufschlage. Und ja, wie immer, haut rein. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Ciao, euer SashiLP. Ciao.